Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Ja, erst einmal einen guten Start in die neue Handelswoche. Heute ist es ja relativ ruhig. USA ist nationaler Feiertag, ich glaube Tag der Arbeit oder so, was wir im Oktober haben. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber haben die auf jeden Fall heute. Deswegen sehr, sehr ruhig an den Märkten, trotzdem minimale Bewegung und wie wir uns jetzt im Endeffekt auch vielleicht sogar den morgigen Dienstag dann im Endeffekt vorbereiten könnten. Das schauen wir uns im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, wie immer, gerne dem Video schon mal ein Like da lassen, natürlich auch gerne ein Abo da lassen und wie immer auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp., kommt da gerne rein. Der Link dazu ist immer unten in der Videobeschreibung, natürlich alles for free. Und weil ich es gerade hier sehe, neue Podcast-Folge ist online seit Freitag. Wir haben den WDR-ARD-Skandal mal ein bisschen so unter die Lupe genommen und noch ein, zwei andere Sachen. Also dieses Mal sehr, sehr, ich sage jetzt auch mal ein bisschen impulsiverer Podcast gewesen. Also die Folge, aber dafür auch sehr, sehr aufschlussreich. Hört euch das gerne an und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Bitcoin momentan bei 25.880 US-Dollar. Wenig Veränderung seit Samstag, deswegen gab es gestern kein Update-Video. Und man muss auch dazu sagen, wir sind immer noch nicht über unseren Widerstand gekommen. Also unser Widerstand, haben wir ja am Samstag schon mal darüber gesprochen, liegt hier bei 26.070 US-Dollar. Das ist unser massiver Widerstand, zumindest auf H1 und natürlich auch auf H4. Das sind so die Widerstände, wo wir nicht drüber gekommen sind. Hier sehe ich die Spikes da drüber. Das heißt, wir haben ein bisschen die Liquidität da drüber abgefischt. Mehr aber auch derzeit nicht. Das einzige Positive, was wir derzeit noch haben, wir haben auch kein tieferes Tief mehr gemacht. Das heißt, hier dieses Tief bei knapp 25.860. Wurde auch noch nicht unterschritten. Wir haben jetzt hier nochmal einen Wig drunter gemacht. Aber so richtig Tief- oder richtig Breakout-mäßig will hier Bitcoin einfach noch nicht. Trotzdem bin ich grundsätzlich immer noch der Meinung, dass wir immer noch die Chance haben, zumindest kurzfristig nochmal ein bisschen Bullish nach oben hin auszubrechen. Zumindest die Liquidität oben zu holen. Und dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal das FIP-Level. Einerseits hier, das ist dieser Bereich, von unserem letzten strukturierten Hoch hier bei 27.584 US-Dollar bis zu unserem Tief bei 25.339 haben wir unser Golden Pocket hier bei 26.700 US-Dollar. Passt auch sehr, sehr gut mit der ersten Ineffizienz, die hier eben in diesem Bereich liegt. Das heißt, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eben nochmal so einen Push zumindest kriegen. Dafür muss aber mindestens ein Close mindestens über 26.100 US-Dollar kommen. Mit Stunden Close. Besser wäre sogar vier Stunden Close darüber, um dann, sage ich mal, die 26.700, 26.800er Marke anzulaufen. Ob die Power da noch ausreichend ist, um, sage ich mal, hier oben noch diesen Orderblock bei ungefähr knapp 27.200 US-Dollar anzugreifen, wird sich dann zeigen, je nachdem, wie ist der RSI, wie ist das Volumen, steigen wir hier im Endeffekt nur mangelhaft nach oben. Dann glaube ich, dass hier spätestens beim Golden Pocket zu ist. Ansonsten sind das jetzt erst einmal so die zwei Cluster, wo ich sagen würde, okay, hier oben könnte man über einen Take Profit nachdenken, beziehungsweise dann auch den Long Trade schließen und da auch eine kleine Short-Position aufmachen. Weil ich weiterhin davon ausgehe, sieht es ein bisschen überdramatisch hier aus, aber immer noch davon ausgehe, dass wir uns einerseits diesen Wig hier unten holen bei 24.300 und natürlich unser übergeordnetes Golden Pocket, was hier unten auch noch liegt. Würde natürlich auch einen sehr, sehr guten doppelten Boden hier im Endeffekt dann bedeuten. Einerseits den Wig gefüllt, wie gesagt, auf dem Index-Chart. Gibt es ja auch natürlich, es gibt verschiedene Charts. Wir hatten Baybit und Summe, alles im Gespräch. Ist dieser Wig teilweise schon gefüllt. Wir haben aber auch bei Baybit den Wig bei ungefähr 23.600. Das heißt, wir haben sehr, sehr große Zonen, die es hier unten anzulaufen gibt, was es natürlich für uns dann auch, sollten wir in diesen Bereich kommen, nochmal deutlich, deutlich schwerer macht, um hier irgendwie eine Long Order zu setzen. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, Baybit hat den Wig hier unten bei den 24.300. Okay, wir holen uns den Wig, gehen ins Golden Pocket. Wir wissen aber, oder haben immer noch das im Hinterkopf, okay, Baybit war das Low bei 23.600. Das heißt, wir müssen sowas dann natürlich auch in unseren Stop-Loss mit einbeziehen. Ist jetzt hier nicht schlimm, weil es das Golden Pocket abdeckt. Aber wir haben hier unten halt auch noch die Ineffizienzen. Das heißt, es wird hier sehr, sehr stark zu überlegen sein, wie wir uns im Endeffekt hier unten Long positionieren werden. Oder ob wir uns überhaupt Long positionieren, weil wenn wir hier im Endeffekt einfach nur durchrasseln, hat sich das Thema sowieso erledigt. Deswegen keine Limit Orders. Derzeit bin ich immer noch kein Fan davon. Aber wie gesagt, kurzfristig ist es erstmal hier oben zwischen Golden Pocket und 0.786er. Das ist so unsere Box, würde ich sagen, für einen potenziellen Short-Entry. Wenn wir hier den Long sowieso jetzt gerade, also ich bin momentan Long hier mit einem Stop-Loss 25.700 erst einmal. Guck mir das Ganze an. Also relativ enger, tighter Stop-Loss. Guck mir das an, wie gesagt. Und warte mal ab. Sollten wir hier hochkommen, werde ich auf jeden Fall dann nochmal mit einem Short gegenhatchen, um dann hier oben einen Short aufzubauen, den wir dann möglicherweise bis hier runter mitnehmen können. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier im Endeffekt seht ihr auch schon das Gleiche, was wir am Samstag hatten. Es hat sich auch hier nichts geändert. Also auch hier die Struktur im Endeffekt 1 zu 1 gleich, sieht nur nicht so dramatisch aus wie bei Bitcoin. Mit diesem Pump und mit diesem Dump-Dump im Endeffekt. Aber auch hier keine tieferen Tiefs. Im Endeffekt dieses Strukturtief hier hält noch. Wir haben eine Range gebildet. Wir haben aber immer noch nicht diese Marke von 1.652 durchbrochen. Also auch hier tut sich derzeit einfach viel, viel zu wenig für uns, um hier irgendwie eine sinnvolle Analyse oder eine nachhaltige Analyse zu machen. Ich habe auch mal ein bisschen Blick auf Altcoins geworfen. Auch hier seht ihr schon so eine kleine, ja, mäßige Analyse von mir, wo ich gerade am Überlegen bin, eventuell reinzugehen. Aber so richtig überzeugend weiß ich nicht. Also Matic an sich gefällt mir. Schöne Seitwärtsphase, aber auch hier haben wir massiv Widerstand über uns. Das könnte sich natürlich dann lohnen. Im Endeffekt hier oben. Golden Pocket, Ineffizienz bei ungefähr 0.58. Das sind so die Zielmarken, die ich mir vorstellen kann, bevor da in der letzte Breakdown kommt. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben hier mal drüber gesprochen, dass das Ziel hier unten bei ungefähr 0.48, 0.49 liegt. Sind wir schon nah dran. Und ich glaube auch dieser Bereich wird hier durch diesen WIC hier drüben auch noch früher oder später gefischt. Und das sind dann auch neue Nachkaufpositionen für uns. Ja, das war es eigentlich schon wieder für das heutige Update Video. Wenig passiert. Wie gesagt, USA hat zu der Zeit. Dollar tut sich wenig, auch keine Bewegung. Zumindest jetzt heute nicht, was wir hier jetzt gesehen haben. Gold auch wenig Bewegung. Und wie gesagt, die traditionellen Märkte auch nur Future Markt. So, und dann war es das. Würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gerne wie immer Like da lassen, Abo da lassen. Video teilen, wie ihr Bock habt. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns morgen früh wieder zu einem weiteren Update Video. Wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch nicht unterkriegen. Und wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.